Den heutigen Schwabenstreit wollen wir jetzt gleich zum Abschluss der Kundgebung über den Schlossplatz erschallen lassen. Er soll bis ins Weindorf und bis zum Bahnhof zu hören sein. Zücken Sie bitte Ihre Pfeifeninstrumente. Der Countdown beginnt. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, Ohren zu, eins und... Der Countdown beginnt. Der Countdown beginnt. Der Countdown beginnt. So, bitte. Noch zwei Angaben. Versorgen Sie sich bitte mit diesen Flyern, die Matthias von Herrmann vorhin vorgestellt hat. Die werden anscheinend am Fuß der Alexander Korder des Mobiles verteilt, wenn ihr sie nicht schon habt. Und das zweite ist, direkt im Anschluss beginnt eine Demonstration des Stuttgarter Bündnisses zum Antikriegstag 2014, der heute stattfindet. Die Bühne wird von dieser Demo-Gruppe dann übernommen. Aber wenn die Lokomotive mit dem Frontbanner gestartet ist, soll unsere Gruppe, der Orion Tigers, nochmal die Chance haben, euch ein bisschen in den Rücken zu fallen, musikalisch. Also...